Zahlungstermin der 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner. Wann werden die 300 Euro gezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte vor kurzem ein Video gedreht zum Zahlungstermin der Energiepreispauschale für Bundesbeamte und auch da schon angekündigt, aktuell ist das das Hauptthema, wann werden die 300 Euro eigentlich gezahlt? Viele Rentnerinnen und Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung stellen die Frage und vor allen Dingen dann auch die Frage, warum habe ich denn die 300 Euro nicht schon mit der laufenden Rentenzahlung bekommen? Also im Grundsatz ist es so, die 300 Euro Energiepreispauschale gibt es nicht mit der laufenden Rentenzahlung. Die 300 Euro Energiepreispauschale ist eine Extrazahlung, die durch die Zahlstellen der gesetzlichen Rentenversicherung ausgezahlt werden. Die haben nichts, aber auch gar nichts mit der Rentenleistung zu tun und sie werden auch nicht im Rentenbescheid ausgewiesen. Wenn überhaupt wird die Rentenversicherung oder ihr Rententräger Ihnen vielleicht ein Schreiben schicken und dort nochmal etwas zur ausgezahlten Energiepreispauschale sagen, aber generell heißt es, die Energiepreispauschale für alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner, wir reden hier von ca. 20 Millionen, soll bis zum 15.12.2022, also Mitte, bis Mitte Dezember 2022 ausgezahlt werden. Also bitte nicht wundern und da brauchen Sie auch letzten Endes nicht nochmal irgendwie zu fragen, die 300 Euro Energiepreispauschale werden nicht mit der laufenden Rentenleistung ausgezahlt. Sie werden auch nicht mit einem Rentenbescheid ausgezahlt. Ja, also wenn Sie zum Beispiel zum 1.12.2022 erstmals eine Rente bewilligt worden wäre oder ist oder vielleicht sich eine Änderung in der laufenden Rente ergibt, da steht da alles nicht drin. Also meine Damen und Herren, bitte Geduld haben und warten bis zum 15.12.2022. Sollte trotz bestehenden Anspruchs die 300 Euro auch dann nicht ausgezahlt worden sein. Dann müssen Sie sich bitte bis zum 9. Januar 2023 gedulden und dann bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee in Bochum einen entsprechenden Auszahlungsantrag stellen. Fristende dafür 30.06.2023. Das sollten Sie sich bitte unbedingt merken. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.